moin freunde wir sind jetzt auf dem weg ihr seht das hier schon angeschnallt ich bin mit meinem kumpel unterwegs wir wollen jetzt sachen für das 100 abonnenten special holen es schüttelt wie auf einmal dicke klamotten dicke jacke alles an ganz schön schüttelig hier kalt vor allen dingen aber was macht man nicht alles vor euch da tratscht man sogar im regen rum ja dann sehen wir uns nachher wenn ich die sachen habe und dann werde ich auch nicht erklären wenn ihr gewinnen solltet wo ihr eure adresse hinschicken soll damit ich euch die sachen dann auch schickt was ist sein wert was ihr machen werden wir nachher alles sehen wir sehen uns bis später tschau freunde wie eben schon mal angekündigt oder schon mal ganz kurz gezeigt es gibt insgesamt zwei leute von euch ein die gewinnen können also sieht das als ersten und zweiten platz an spielt eigentlich keine rolle ein wollte ich nicht alleine beschenken sondern ich wollte dass zwei leute zumindest die möglichkeit haben etwas zu gewinnen und zwar damit ihr euch nicht untereinander da eine klatten kriegt und sagt ja wieso ich habe es aber auch richtig beantwortet warum kriege ich das und er nur das habe ich mir so überlegt dass ich halte das jetzt hier mal eben so eine kamera dass der erste und der zweite jeweils das gleiche kriegt also das heißt das hier ist zu gewinnen die beiden hier dann gibt es ja die beiden auch jeweils gleichen weil ich eigentlich weiß dass auch welche dabei sind die auf karten angeln gibst du mir mal eben bitte ich muss meinen kollegen bescheid sagen einmal die autogramm und einmal schlüssel bitte das ist das wenn man assistenten hat ja habe ich leider gestern nicht mehr geschafft die auszuschneiden aber so sehen sie dann aus das sind die autogramm karten werden denn hand signiert von mir die schneide ich noch aus da kommt auch von den beiden die gewonnen haben jeweils eine und ja und dann hau ich da noch rein an die gewinner also jeder kriegt eine autogramm karte und bobo schlüsselanhänger das ist ja alles spiegelverkehrt das ist doch alles auf jeden fall ja kriegt jeweils jeder auch noch mal so ein schluss ja wie gesagt ich sag das jetzt jetzt noch mal eben an und zwar lautet die frage gibt es neben der pose fluss fluss schwimmer noch andere arten von bis anzeigern also ich werde das auch unten noch mal in den kommentaren in der beschreibung mit rein schreiben die anwalt antwort ja schreibt und rein gibt es neben der pose fluss der pose fluss schwimmer noch andere arten von bis anzeigern wie gesagt ich werde das unten auch noch mal reinschreiben könnt euch in ruhe durchlesen wie gesagt ja für diejenigen die gewonnen haben meine e mail adresse die spackt eigentlich momentan komplett ab da geht momentan gar nichts mehr darum möchte ich euch bitten an die gewinner die nächste woche dann ausgelost werden ich werde also die namen aufschreiben wird sie in der schüssel tun ihr werdet dabei sein wenn ich es umrühr mein video drüber entweder ihr schreibt eure adresse bei auf der seite anglerglück da könnt ihr eine nachricht schreiben da könnte eure adresse reinschreiben oder halt bei skype wo ihr dann auch anglerglück sucht da könnt ihr mir dann auch eure adresse rüber schicken ähm ja dann wünsche ich euch ein jetzt schon mal ganz ganz viel glück und ähm ich bin mal gespannt wer nächste woche donnerstag gewinnt ähm ja wie gesagt wenn euch das video gewinnt äh gewinnt ja klar äh aufgeregt heute irgendwie ähm dann möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken bei 106 abonnenten hier zwei daumen hoch ich hoffe es kommt noch mehr seid gespannt bei 200 abonnenten special wird das geschenk auch etwas größer also das kann ich schon mal sagen das wird dann ne umso höher die abonnenten sind umso mehr hunderter kommen umso größer werden auch natürlich die geschenke normal ne ich fange jetzt erstmal klein an 100 abo bei 200 300 400 es wird immer größer also es lohnt sich nicht zu abonnieren ähm ja dann schaut auch mal wieder bei toskai fishing drauf ist auch unten in der video beschreibung mit drin es sind auch noch viele viele andere angelkanäle da drin da drin die ich alle mit verlinkt ähm ja wie gesagt wenn euch das video gefällt macht einen daumen hoch abonnieren kommentieren viel glück an alle die bei dem gewinnspiel mitmachen und ähm dann sehen wir uns bei dem gewinnspiel wieder bis dahin für alle die angeln petri hall fangt richtig dicke fische und wir sehen uns tschau 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 bei bei der bei Untertitelung des ZDF, 2020